Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Zastiria und jetzt gucke mal, mal, was denn da der Twins? Oh. Äh. Jetzt sind wir schielen. Ha. Aber da ist ein Gemä... Oh. War das ein Kind, das die ganze Zeit da rumgelacht hat? Oh ne, ne? Oh, oh. Äh, äh, bah. 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 Okay, Ritter der Arthur, Ritter Arthur. Ach, Aas, ne, okay. 17. Uh. Äh, was kann man eigentlich bei Hilfe sagen? Ein Helion, der eine leere Ritterrüsten zum Leben erweckt. Er hat eine breite Palette an Angriffsmustern. Ich befürchte, es wird ein schwerer Kampf. Okay. Also sagen wir mal, wir... Ja, tun gleich mal Iduna benutzen und dann... Ey. Das ist jetzt gar nicht. Egal. Oh, die kriegen mal ein Blatt hier, das wird ja jetzt. Wer macht der Barliens hier? Oh. Oh, wieder angreifen, los, kommt dann. Oh, total. Boah, ich kann nicht weg, ausweichen. Ähm. Achso, ich kann nur... Okay. Ich meine, ich kann nicht ausweichen, warum? Oh, scheiße. Boah, 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 was? Oh, was, was? Oh, wie ist das? Oh, was? mit dem hat da eigentlich noch 1600 stimmt das also die ganze zeit blocken ja 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 Ich hab's nicht so leid. 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 Uh, uh, um, Entschuldigung. Ähh, was? Ich hab' mein Geld. Ich hatte keine Ah-Tack-san. Es hat ein Lager gesagt. Ich habe einen Lager gesagt. Es ist ein Lager. Ich bin schon seitdem. Wir sind von einem Lager. Aber es ist ein Lager. Ja, das ist ein bisschen früher. Ich bin ein Lager. Es ist so? Es ist ein ganzes Name. Es ist ein bisschen entspricht. Es ist ein Name für Normin-Tenzok. Es ist ein sehr grosses Name, oder? Man sieht es in Edona mit dem Kassen. Es wird dann sehr lang, aber es wird bald wieder an. Was ist das? Laira, ist das Normin-Tänzok? Es ist ein bisschen verändertes Tänzok. Es gibt keine Kraft, aber es gibt auch andere Tänzok. Was ist das Tänzok? Tänzok, wie ein Meid-San, das ist, wie ein Meid-San. Das ist das Laira-Han. Ich habe das alles gut verstanden. Mhm. Äh, ja, aber, aber, aber was, äh, wie, äh, 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 hä? Ich kapier das, hallo? Jetzt nicht so. Ja, heil uns mal bitte. Oh, ja, da, da, ja, äh, ne, ähm, hä, hä. Ja, ich hoffe, wir werden erst mal nicht kämpfen, äh, was, ich, ich, was, warum? Ja, ich glaube, wir werden, wir werden. Hm. Oh, nö. Also, war das doch Erde, das hier gemacht hat? Okay. Na, was hat das jetzt mit dem Gemälde auf sich? Schiff, hm. Äh, sagen wir uns sicher, stimmt's, äh, Attacke, armer kleiner Kerl. Ja. Sollen wir nicht etwas unternehmen? Es ist ein, er ist in Tränen aufgelöst. Ja, wir werden ihm mal helfen, vielleicht. Ich weiß ja nicht, was, wie wir jetzt ihm helfen können. Aber, Nope. Äh, 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 äh. Ich habe nur die Schleischung und die Art von Schleischemanträgen gemacht. Ich habe mich nicht gewöhnt. Gut, wie eine solche Zeit? Ich habe wirklich einen Schlauch, zufrieden. Das ist ein Rätsel, ne? Das ist ein Rätsel. 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 Das ist seltsam. Am Grab, okay. Im Friedhof. Ja, gut. Ich weiß nicht, aber... Das ist unheimlich, nicht wahr? Oh, ich habe keine Ahnung. Ich bin auch interessiert. Mal schauen, die Bilder zu sehen. Stalker. 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 You're trying to send a army to the guards. I know. I've got this. After I've been here, it's going to be gone. I work for them. I've already had the money. I'm gonna go back to Neif and the代表. Hallo? Was denn? Hallo? Was denn? Hallo? Was denn? Ich habe mich nicht in die Gefühle gelegt, dass ich mich nicht so liebte. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so liebte, dass ich mich nicht so liebte. Das ist doch ein Mensch. Ich bin ja so liebte, dass ich ein Buch liebe. Es ist ein schwerer Mensch. Oh, Mensch. Besitz der Bibliothek Hagen Algata. Ja, aber wo ist die Bibliothek denn? Gasthaus? Hä? Da oben ja nicht. Hm, sehen wir. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Finden wir schon. So weit kann die ja nicht sein. Oh, guck mal, ist was Neues. Tschüss. Ach ja, warte mal. Langsam, also, ne, wenigstens haben wir einen mächtigen Hagen geläutert. Ja, wir machen große Fortschritte. Trotzdem ist die Stadt immer noch vom Bosheit eingehüllt. Wir müssen unsere Ermittlungen fortsetzen. Genau, dann haben wir noch wir sind irgendwie Teilhintergrund. Das hatten wir schon. Glaubst du, wir haben bei Agatha richtig gehandelt? Durch sie kommen wir der Wahrheit hinter der Entstehung von Bosheit einen Schritt näher. Wir können nur hoffen, dass es letztlich zu ihrer Erlösung führt, wenn die Wahrheit an sich kommt. Ja, aber hier, das hatten wir auch schon, ne? Ja, warte. Was war das? Was sollen sie die Leute können? Ja, genau. Hm. Klazid-Schwert. Das habe ich doch gerade gekauft, oder nicht? Mann, ihr altes Schwert hat, oder Mann? Uh. Uh. Komm, mach mal. Kriegen zwar keine KP wieder her, schon nach dem Sieg, aber was soll's. Ich habe, wo ist jetzt die Bibliothek? Das ist das Gasthaus. Da hoch können wir nicht. Hm. Da hoch auch nicht. Warte mal, können wir jetzt eigentlich hier auch rausgehen? Aus der Tür, weil die war ja verschlossen. Ah, jetzt dürfen wir hier auch raus. Gut. Gut zu wissen. Ähm, hm. Und vielleicht, also ich glaube nicht, dass das hier die Bibliothek ist, oder? Ne. Normalerweise steht da dann auch ein grünes Symbol daneben, wenn man da rein kann, ne? Hm. Ne, brauchen wir nicht. Hm. Ja, keine Ahnung. Können wir nochmal im Heiligtum nachgucken? Hm. Oh, guck mal, was da ist. Heil zieht dir den. Oh. Ja, obwohl. Wir hatten mehr, mehr Angriff. Weil man, ah, hat fünf weniger. Ah, das ist aber nicht schlecht. Ah, das ist gut. Nehmen wir mal, das ist gut. Oh, schon wieder Gold. Und nochmal. Was ist hier los? Wieso tauchen die Leute wieder auf? Hm, also hier ist auch nichts. Wir können ja nochmal jetzt zurückgehen ins, äh, im Museum vielleicht. hat sich ja was geändert. Okay. Nee, die Tür ging ja auch. Wo war denn die Tür, die verschlossen war? Ach, hier oben war die, ne? Hier oben. Ah, da ist er noch. Wechselst eigentlich wieder nach, hier. Lavendel? Die Trouje, die war verschlossen. Nee, ist immer noch verschlossen. Okay. In der Bibliotheksschluss geht auch bei der Trou nicht so richtig. So, hat sich hier was? Nee. Ja, lassen wir dich halt in Ruhe, ähm. Hier kann man die Etage weg, genau. Ist auch immer. Ja. Hm. Das ist jetzt aber... Wo ist denn hier die Bibliothek? Geht's mal ernsthaft? Hä? Ich krieg einen Bibliotheksschlüssel, aber das bringt uns nichts. Ich weiß aber, ehrlich gesagt, jetzt nicht, wo wir jetzt noch hingehen sollen. Wie? Das ist ja auch nicht... Hallo, lass mich doch mal da. Danke. Yay. Warte mal ganz kurz. Okay, wo war das? Warte, das war bei... Das hier war das, ne? Genau. Geldfund. Bereit jetzt next zum KW-Herrschung, während du unterwegs bist. Jede Figur hat ihr eigene Technik? Hm. Ich weiß nicht, wollen wir Geld lieber, oder... Können neuen? Äh, die kann ich schon neu. Okay, warte mal. Können 10, können 11, können 13. Wow. Können 14. Ja, gut. Ich weiß nicht, was denn mit dem Modulit fehlen. Ich muss sich trotzdem direkt davor stellen, dass man findet. Ja, hm. Butterplätzchen. Wow, 550 KP für alle. Wow, das ist gut. Aber das kann man immer nur nach dem Kampf machen. Stimmt, wir können... Ah, wir können mal in ein Gasthaus gehen. Und... Mal gucken. Was man hier so machen kann, dass man kann... Ja, genau, speichern kann man hier. Man kann auch mit Leuten reden. Er hat Alkohol noch nie gut vertragen. Und nun, was soll nur aus dieser Stadt noch werden? Komm jetzt. Man blickt sich um und sieht lauter gesunde Leute, denen es blenden geht. Und wenn dann wieder geht, gibt es heute, denen sterbendes Elend ist. Wodurch wird diese Seuche nur verursacht. Ja, ging die, äh... Ja. Hey, Meister, ich glaube, du hattest genug. Dein Sohn hätte bestimmt noch nicht gewollt, dass du so tief singst. Nee, ich denke nicht. Man kann hier reingehen? Aber das bringt ja nicht viel, ne? Oh, guck mal was da ist. Erdbeerwaffel. Nachdem Erdbeersahne unter den Teig gehoben wurde, wird es in einem speziellen Waffeleisen ausbacken. Oh ja. Gut, haben wir noch was gefunden. Das ist ja... Aber wo geht's jetzt weiter? Jetzt mal ernsthaft. Du trotz der Pest, nur um in diesem Gasthaus bleiben zu können, du bist wirklich ein seltsamer Vogel. Haha. Okay. Hm. Können ja mal so ein Ding machen, da kriegen wir das Beispiel in der Hauptzeit. Kommt, den holen wir uns mal, oder? Was macht der hier? Halt bei K.O. Das K.O. Und stellt 20% der K.P. wieder her. Für 5 Kämpfe. Wow. Halt, Lähmung, werden gelähmt. Stellt nach Ablauf von 30 Sekunden her genau. Und dann haben wir noch, schaltet 15% der K.P. wieder her, wenn die K.P. der ganzen Gruppe unter 80% liegt. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin schon wieder. Was ist das? Ich bin schon schon wieder. Aber was ist das? Ich bin nicht so gut. Ja. Das ist nicht so gut. Natürlich. Ich bin schon wieder. Sorry. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Na? Ja, wir haben gegessen. Ja, gut. Aber hier ist es. Wo müssen wir hin? Müssen wir erst wieder raus? Aber ich denke mal, das gucken wir dann in der nächsten Folge. Ich werde mich hier ein bisschen mal gucken. Und gucken, wo wir hin müssen. Und dann sage ich mal, danke fürs Zusehen. Ich habe die Folge hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.